Zwischen Amira Pocher, 29, und Sandy Malwölden, 39, herrschte anfangs Eiszeit. Das Model und der Comedian Oliver Pocher, 44, gingen etwa vier Jahre gemeinsam durchs Leben, bevor sie im Jahr 2013 ihr Ehe aus Publik machten. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder. Seit 2016 ist der TV-Star nun mit seiner Amira zusammen. Mit der Ex ihres Mannes versteht sich die gebürtige Österreicherin super, doch das war nicht immer so. Olli verriet jetzt, dass Amira und Sandy sich anfangs gar nicht mochten. Im Punkt 12 Interview mit Katja Burkhardt, 57, sprach der 44-Jährige nun ganz offen über seine Patchwork-Familie. Es war am Anfang schon schwierig, gab Olli ehrlich zu. Die ersten zwei bis drei Jahre nach dem Liebesouting habe Sandy die Moderatorin nicht mit dem Arsch angeguckt. Doch nach einiger Zeit habe sich das geändert, und heute haben die beiden Mütter ein gutes Verhältnis zueinander. Im Interview mit RTL ließ Sandy ebenfalls durchblicken, wie gut sie sich mit Amira versteht. Sie sei total glücklich darüber, dass ihre Patchwork-Familie so gut funktioniert. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel auch Amira zu verdanken. Sie ist einfach super, schwärmte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin.